damit sage ich herzlich willkommen mein name ist kino ich begrüße euch zu einem weiteren tutorial blende zu dieses mal geht es darum wie bekommt ihr sachen in den workshop wie bekommt ihr sachen aus dem workshop wo findet ihr diese sachen was könnt ihr aus dem workshop laden beziehungsweise auch in diesen einladen zum einen baupläne also aus dem baumenü bauelemente aus der natur pflanzen auch aus den einrichtungen mitarbeitergebäude zum beispiel oder strom generatoren oder was auch immer könnt ihr als baupläne speichern und diese anschließend in den workshop laden und ihr könnt auch komplette gehege in den workshop packen des weiteren ist es auch möglich einen kompletten zu den workshop zu laden oder diesen aus dem workshop zu beziehen zu dem zu komme ich später dieses menü befindet sich im hauptmenü wir gehen jetzt erst einmal auf die baupläne ein wo findet ihr sie in den bauplänen findet ihr erst einmal auf meine baupläne alles was ihr selbst erstellt habt und ihr findet im steam workshop alles was ihr abonniert habt aus dem shop wo findet ihr den steam workshop öffnet zu euren steam client und klickt auf die schaltfläche workshop und da findet ihr alle sachen die abonnieren könnt ihr habt die möglichkeit beliebteste am häufigsten und die neuesten objekte hin und her zu schalten ihr könnt nach sachen suchen ihr findet unter meine dateien dateien die sie veröffentlicht haben alle sachen die ihr in den workshop geladen habt zum abonnieren klickt einfach ein objekt an und klickt dann auf den abonnieren button anschließend findet ihr diesen bauplan dann auch im bauplan menü das spiel muss dazu nicht neu gestartet werden wie erstellt ihr den nächsten bauplan wählt dazu das objekt einfach aus wenn es eine baugruppe ist funktioniert das instant als bauplan speichern wäre die schaltfläche hier wollt ihr mehrere objekte könnt ihr auch mit der gedrückten steuerungstaste oder der mehrfachauswahl mit i alle objekte markieren die ihr in den bauplan haben wollt und anschließend auf dasselbe symbol auswahl als bauplan speichern ihr könnt es gruppieren ihr müsst es aber nicht zwangsläufig gruppieren es geht nur darum ihr braucht den bauplan oder den blueprint um diesen dann in den steam workshop zu laden klickt auf das linke symbol element als bauplan speichern drückt ihr darauf erscheint dieses menü ihr wollt einen neuen bauplan anlegen also auf dieses plus navigiert dann mit der pläne zu navigation auf eine schöne position für die samt näher also für dieses vorschaubild was dann in euren bauplänen angezeigt wird vergebt einen namen vergebt eine beschreibung die beschreibung wird benötigt ihr könnt ihn nicht leer lassen sonst könnt ihr den bauplan nicht erstellen wählt anschließend mindestens einen tag aus auch das wird benötigt und ihr könnt wenn es für ein spezifisches tier ist auch hier noch das tier angeben unterhalb dieses bildes könnt ihr noch die uhrzeit einstellen um das objekt richtig auszuleuchten zu guter letzt klickt auf erstellen und nun findet ihr dieses objekt unter meine baupläne im bauplan menü und könnt es irgendwo im zoo platzieren bei gehegen findet ihr das speichern als bauplan auf dem gehege tor ganz unten rechts in der ecke und dort ist das vorgehen identisch mit dem von den bauplänen bei der bauplanerstellung ist wichtig zu wissen ihr könnt elemente als bauplan zusammenfügen die maximal 4000 teile beinhalten alles was größer ist funktioniert nicht mehr wollt ihr ein objekt als bauplan speichern was mehr als 4000 teile hat nehmt euch eine barriere aus dem barriere menü setzt um dieses objekt eine barriere das kann eine unsichtbare sein das ist aber egal der typ ist völlig egal es geht nur darum dass eine barriere ringsrum ist setzt ein gehege tor hinein speichert dann das als gehege ab und alles was innerhalb dieser barriere ist wird dann in den bauplan übergehen hierzu gleich mal eine kleine information habt ihr bäume zum beispiel die ihr in den erdboden versenkt habt die die wurzeln sehr tief hier nach unten erstrecken kann es sein dass diese bäume nicht mit dem bauplan eingehen dazu ist es wichtig diese barriere die ihr hier gesetzt habt mit einstellungen oben flach unten anpassbar zu setzen dann könnt ihr diese barriere einfach nach unten erweitern so dass die unterkante der barriere diesen baum diese wurzeln dann auch mit aufnimmt dasselbe gilt auch nach oben prüft also nachdem ihr den bauplan gesetzt habt bevor ihr ihnen den workshop ladet ob auch alle elemente in diesem bauplan integriert sind die ihr drin haben wollt wenn objekte in den workshop ladet macht vorher von den objekten ein paar screenshots in dem ihr zum einen erst mal mit der uhrzeit so ein bisschen rum spielt wo das objekt am schönsten ausgeleuchtet ist anschließend drückte die taste g damit ihr die oberfläche das hat ausschaltet und mit der f12 taste macht ihr einen screenshot das seht ihr dann auch in der ecke oben rechts im fahrt wo ihr die screenshots dann findet schmeiße ich euch mal in die video beschreibung wege gehen grundsätzlich nicht mit in die baupläne ein das heißt die wege müssen immer neu gesetzt werden das ist auch wichtig zu wissen wenn ihr sachen abonniert wege müsst ihr immer setzen terraforming und terra painting also erde gras und so weiter oder auch bänke und mülleimer gehen nur in den bauplan über wenn ihr diesen als gehege abspeichert wie legt ihr von den eben angelegten gehegen bzw den bauplänen ein neues workshop objekt an dazu klickt auf meine baupläne im bauplan menü und wenn ihr mit der maus über dieses objekt fahrt habt ihr einmal die möglichkeit den bauplan zu löschen und daneben habt ihr noch dieses team symbol und da steht es auch schon auf steam workshop hochladen klickt ihr darauf öffnet sich so ein fenster hier ihr könnt ein neues element anlegen das sand mail wird dabei aus dem bauplan bezogen auch diese tags werden aus dem bauplan gezogen was er leider neu eingeben müsst das ist der name und die beschreibung anschließend klickt auf workshop element erstellen und dann bekommt ihr diesen bildschirm hier präsentiert und nun seht ihr hier auf dieser seite auf der rechten seite die sachen die ihr hier noch einstellen könnt ihr könnt einen titel und eine beschreibung eingeben das ganze multilingual ihr könnt screenshots und videos hinzufügen ihr könnt gegebenenfalls mitwirkende hinzufügen oder entfernen wenn ihr das objekt mit jemandem zusammengebaut habt und ihr könnt kommentare erlauben oder nicht erlauben ihr könnt das ganze hier löschen ihr könnt bei planet so wichtig die benötigten dlcs anhaken dass leute wissen ob sie das objekt auch setzen können und ihr könnt hier die sichtbarkeit ändern aktuell nur für freunde versteckt heißt nur leute mit dem link kommen direkt an das objekt und nicht gelistet heißt es ist zwar im workshop aber die leute kommen nicht dran für euch interessant in dem moment dann öffentlich dass jeder das objekt auch in seinen zu setzen kann hier darunter seht ihr noch mal eine statistik über die einzelaufrufe die aktuellen abonnenten und die aktuellen favoriten ihr habt im oberen teil auch noch mal so eine statistik tab wenn er darauf klickt seht ihr auch noch mal die ganzen zusammenfassungen zum schließen einfach die escape taste und damit ist das objekt im workshop kommen wir nun zu den zoos so es könnt ihr auch in den workshop laden bzw diese auch abonnieren das findet ihr unter meine zoos und da habt ihr zum einen eure zoos das sind die ganzen speicherstände und ihr habt die downloads und achtung das ding das packt zumindest packt es bei mir aber ich habe das auch schon von anderen gehört dass es nicht nur bei mir so dazu schließt das ganze ding noch mal klickt noch mal auf meine zoos und dann auf downloads und dann wird hier auch das angezeigt was sie hier als zu aus dem workshop bezogen habt unter meine zoos wenn ihr drüber fahrt habt ihr die schaltfläche auf workshop hochladen klickt ihr darauf könnt ihr hier genauso auch ein objekt anlegen wie auch bei den bauelementen auch bei größeren objekten ist es von vorteil im baumenü unter schilder euch diese sachen hier ohne oberflächen ausrichtung innerhalb des bauplans irgendwo hinzulegen und zwar zwei an der zahl auf dem einen schreibt ihr show auf dem wegsten schreibt ihr height dann schiebt euch die schilder so weit unter die erde das height gerade so verschwindet und show gerade so da ist das macht leuten die das objekt abonnieren im workshop ist einfacher die richtige höhe beim platzieren zu finden gerade wenn terraforming mit eingeht ist es unglaublich hilfreich damit sind die zehn folgen tutorial blende zu auch schon vorüber das gehege ist im workshop es kann heruntergeladen werden schaut da auch gern mal rein und checkt wie ich bestimmte sachen gebaut habe wenn ihr das nicht so richtig ersehen konnte ich hoffe ich konnte euch mit diesen folgen ein wenig blende zu näher bringen von der bedienung von der handhabung so ein paar kniffe vielleicht auch zeigen dass ihr noch besser werde im spiel wenn es euch gefallen hat daumen nach oben auf dieses video bitte und natürlich auch kommentieren damit das video oder diese reihe noch mehr blende zu fanate erreicht denen vielleicht mit dieser tutorial reihe ebenfalls geholfen werden kann ich sage vielen dank tschau euer kien ein